Also, wir haben jetzt hier das finale Game of Bike, Leon Hoppe gegen Angelo Kurz. Geht um Platz 1 und 2 oder was? Habt ihr Bock oder was? Geht's los oder was? Ja, jetzt geht's los, Angelo auf Anfang. Ich mach einfach, ich mach nur Sachen, wo ich weiß, 50-50. Ich mach nur Sachen, die du nicht kannst. Ich mach Ice Manu, Pheebs, Hard 180 Bar. Das ist ungefähr die Chance von 0, dass ich das schaue. Ice Manu, Pheebs, Hard 180 Bar. Und der war nicht. Der war nicht. Hätt ich im Traum, er hätt ich nicht gestoppt. Ich mach Hänger Bar, aber egal in welcher Richtung. So, Angelo, jetzt sind wir uns dran unterwegs. Der war nicht. Sag ich dir, wie's ist. Du kannst auch keine Manuels. Doch. Digga, ich kann Manuels, aber mit Glück schaff ich nur eine Manuels. Ich wusste das gar nicht. Ich kann's, aber... Kai weiß nicht das, oder? Ach so! Ich hab's verpeilt, ey. Ich hab's einmal verpeilt. Digga, mach Wischi-Line. Also, mit Glück schaff ich das. Als Köpf. Ich bin ja hier auf Bike jetzt. Ist da ein bisschen ein Contest, ne? Ja, ich mach nochmal diesen. Okay. Ice Manuels. Ich mach, äh... Aus der Welle da. So, Leon, Switchdown. Geht ab an die Banane. Siebel. Oh, wo war's denn aus? Ein Sieb. Oh! Läuft nicht. Das ist der Lucky 17 Scheiße, oder wie? Der Lucky 17! Ey, was geht, Digga? Was machst du doch? Wir im Finale bist jetzt deutlich besser gefahren, ne? Was machst du so easy sonst, Digga? Ja. Hast du Crank Arms? Ja, ne. Aus der Belt. Aus der Belt. Okay, normal war schon das Scheiße. Aber mach ruhig. Naja, alles gut. Also, du machst ja immer ab 1 Meter lang. Ja. Ja, das kannst du machen. Ja. Naja, ich mach einfach Crank Arms to Tire Grab. Joke-mäßig. To Tire Grab? Ist einfach ein Farce, bin ich nur glücklich. Ja, okay. Crank Up. Tire Grab! Crank Up. Heideshot. Das ist ein BK. Das ist das dritte Buchstabe. Das K auf Angelus Richtung. Leon immer noch ohne Buchstabe unterwegs. Mani Bar. Container. Angelo, geht wieder in den Container. Mach den Manual. Manual. Ey. Es geht ab, Digga. Ja, Digga, keine Ahnung. Fuck, Alter. Hast du nur, ob du Cancans? Ja. Das ist schon gut abreden, ob du Cancans hast. Okay. Okay. Ich mach Eis. Footjam. Ich mach Eis. Footjam. Doubleback. No, we cancans. Klar, Freunde. Erster Trick, den ich geschafft habe jetzt hier, oder? Hop-over-Tire-Slide am Rail. Runter, oder? Ja, so einen kleinen Bong einfach. Oh, ich mach's mal. Ey. Ey. Der ist ein Ding. Wenn die da ohne Buchstabe wäre. Ja. Der war es. Aber das gehört weiß. Ich weiß, was wir tun. Deswegen... War das mehr für Alex hier? Der erste war nicht, aber der zweite war. Uppray. So X auf Teil. Der überklickt nach der Bode. So ohne Buchstabe ein. Überklick. Okay. Stabiberberg. Stabiberberg. Jooo! Du warst. Geil, ey! Ein Fenstererhausen, ey! Wer hat einen Manjl, itolkartener? Wieder in triedener. Manjl! Ja, was? Du kriegst hier, drauf da, fertig Manjl! Ich bin ja drauf. Erster Buchstabe für Leon. Hast du das mal die Klasse raus? Das musst du ein paar Mal machen auf jeden Fall. Kannst du Double Basteln? Ja. Hast du schon aus dem Break gemacht? Das mache ich jetzt halt. Ich auch. Ich glaube das auch noch. Ja, ist so. Double Basteln, Alter. Aus dem Double Pack. Fido. Tag. Over. Last try. Hohrruck, Bapel, Alter. Das war's. Klammer, Daniel und Hoppe. Game of Fight. 2021. Das sollen die nie mehr wieder machen. Ich sag's dir. Das macht keinen Spaß mit dem Tachboden. Das macht keinen Spaß mit dem Tachboden. Das macht nicht einmal mehr. Das macht keinen Spaß mit dem Tachboden. Das macht keinen Spaß. Aber ich habe stra dispatches mit dem Tachboden. Vielen Dank.